Ich will Ihnen gerne die etwas speziellere Perspektive einer Gedächtnisinstitution vorstellen, der ich vorstehe, neben meiner Funktion als Professor für Kunstgeschichte an der Philips-Universität. Es ist eine Institution, die vor allem natürlich mit Objekten befasst ist, die in diesem wissenschaftlichen Bereich der Kunstgeschichte von Belang sind. Gedächtnisinstitution möchte ich das nennen, aus bestimmten Gründen, wie Sie gleich sehen werden, weil mir dieser Begriff geeignet ist, um die Funktion unseres Hauses, aber auch anderer Institutionen, die hier von Belang sind, bei dem, was ich Ihnen gleich vorstellen möchte, zu bezeichnen. Ein Begriff, der, wie ich gelernt habe bei der Recherche, ich habe den Begriff Gedächtnisinstitutionen immer so mal gedankenlos verwendet, ein Begriff, der ausgesprochen im Zuge dessen, was wir Digitalisierung nennen, eigentlich erst eine Konjunktur erfahren hat und eigentlich geprägt worden ist, was ich bemerkenswert finde. Ja, genau. Mit der Frage nach Zusammenarbeit, die im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung steht, wird natürlich ein zentraler und durchaus kritischer Punkt angesprochen, der als Problem erkennbar wird, wenn man feststellt, dass Vernetzung noch lange keine Zusammenarbeit bedeutet. Um das zu erläutern, möchte ich zunächst etwas ausholen. Dazu will ich aus einem Aufsatz von Werner Schweibens und Jörn Siedlerschmidt aus dem Jahr 2010 zitieren, in dem aktuelle Entwicklungen bei Kulturportalen referiert werden. Bezug genommen wird auf drei deutsche Projekte, und das ist schon sehr historisch, obwohl es nicht lange her ist, auf drei deutsche Projekte, das gemeinsame Portal der Bibliotheken und Archive BAM, die Deutsche Digitale Bibliothek und die Europeana. Diese drei Plattformen werden als digitale Gedächtnisinstitutionen bezeichnet. Die Bibliotheken, Archive und Museen, deren Bestände den genannten virtuellen Institutionen zusammenfinden, werden dagegen als physisch unterschiedliche und organisatorisch getrennte Kultureinrichtungen tituliert. Bemerkenswert und diskussionsbedürftig scheint mir aber vor allem die im selben Beitrag zu Beginn getroffene Aussage, es ist mehr beiläufig gesagt, es sei, ich zitiere, aus der Perspektive der Benutzer nicht von Bedeutung, wo sich die von Ihnen gesuchten Informationen ursprünglich befunden haben, ob als Buch in einer Bibliothek, ob als Protokoll in einem Archiv, oder ob als Beschreibung eines Artefaktes in einem Museum, solange sie die Informationen online finden. Es sei also in der digitalen Welt nicht länger relevant, ob die Originalmaterialien in einer Bibliothek, einem Archiv oder einem Museum aufbewahrt werden. Dementsprechend erkennen die Autoren dieser Studie, das ist natürlich auch die Stoßrichtung dieses Aufsatzes, als Ziel und zentrale Herausforderung die Förderung des virtuellen Zusammenwachsens physisch geschiedener Institutionen in einem großen Informationspool. Das große Thema ist die Vorbereitung jenes Kulturportals als zentraler Zugangspunkt für einschlägige Inhalte, der heute ja in der Deutschen Digitalen Bibliothek besteht, die 2015 das BAM abgelöst hat. Auf nationaler Ebene ist das und mit der Europeana natürlich auch auf europäischer Ebene realisiert. Diese historischen Stimmen sind kompetent und repräsentativ für den Stand der Diskussion und auch die Schwerpunktsetzung vor einigen Jahren. Und das hier angezeigte große Ziel der Vernetzung ist natürlich bis heute relevant, so sehr sich die Situation verändert hat. Auch meine Institution, das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg, hat sich an diesem großen Projekt beteiligt. Wenn ich das vielleicht kurz aufrufen darf, das haben ja meine Kollegen vorhin auch getan, das ist jetzt der Werbeblock. Aktuell weist die DDB 369.255 Ergebnisse aus unserem Bestand nach. Wir gehören damit zu den grösseren beitragenden Institutionen und sind auch in der Europeana präsent, rätselhafterweise mit über 800.000 Ergebnissen. Ich muss dem noch etwas nachgehen, mein Kollege konnte mir das noch nicht erklären. Aber es ist wahr. Unser Engagement in dieser Sache kommt nicht von ungefähr. Es war das Ziel und die Mission unserer auf den Kunsthistoriker Richard Hamann zurückgehenden Einrichtung, etwas zu leisten, das im Grunde erst heute durch die Digitalisierung und Vernetzung realisierbar erscheint. Die Bemühungen Hamanns zielten darauf ab, ein Archiv von fotografischen Bildern aller für die Kunstgeschichte irgendein relevanter Objekte auf der Welt anzulegen. Das heißt ein Archiv der Kunst der Welt anhand von fotografischen Reproduktionen. Diese Fotografien wurden über die Jahre und Jahrzehnte in Marburg als negative archiviert, in unterschiedlichen Formen katalogisiert und für die Nutzung verfügbar gemacht. So haben sich in den Kellerarchiven des Marburger Kunstgebäudes nach und nach Fotografien von Werken aus vieler Herren Länder und aus den verschiedensten Sammlungen und Museen eingefunden. Diese Bestände waren vor Ort in Marburg komplett recherchierbar, aus der Ferne aber nur bedingt über die sehr selektiven Kataloge zugänglich, selbst wenn man immer die Idee verfolgte, nicht nur die Kunst der Welt zu archivieren, sondern auch die Nachfrage der Welt zu bedienen. Ja, das ist vielleicht ein etwas großer Anspruch. Eine entscheidende Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten im Sinne der Schaffung von Zugriffsmöglichkeiten aus der näheren und weiteren Ferne wurde dann mittels der Verfilmung der gesamten Bestände auf Mikrofisch geschaffen, die seit 1977 unternommen und noch bis 2007 weiter betrieben wurde. Damit war eine ganz neue Qualität des Zugriffs geschaffen, wobei auch bereits Partnerinstitutionen einbezogen waren. In vielen Bibliotheken und allen internationalen kunsthistorischen Forschungsinstitutionen wurde dieser sogenannte Marburger Index in großen Metallschränken aufgestellt und zur Recherche vorgehalten. Warum ist das wichtig für die digitale Gegenwart? Die aufwendige Verfilmung von Beständen verschiedener Partner wurde die Grundlage, um die Zugriffsmöglichkeiten und Zugänglichkeit noch einmal entscheidend zu erweitern. Unsere Bestände wurden seit 1981 in einer Datenbank nach einem eigens entwickelten Regelsystem erschlossen und ab 1999 wurden diese Bestände dann auch online in unserem Portal des Bildindex der Kunst und Architektur verfügbar gemacht und zwar eben werden nun auch die Bilder in digitaler Form sichtbar und dezentral recherchierbar. Allerdings die Digitalisate von Mikrofilmen zum größten Teil. Ich darf also sagen, dass wir von der ersten Stunde an die Digitalisierung des kulturellen Erbes aktiv betrieben und bearbt begleitet haben. Wesentlich ist, dass von Beginn an auch der Gedanke der vernetzten Erschließung physisch distanzierter Bestände von zentraler Bedeutung gewesen ist. Unser inzwischen in der dritten Generation verfügbare Bildindex, das Portal, war von Beginn an auf Vernetzung möglichst vieler Institutionen angelegt. Einbezogen wurden Museen und Denkmalpflegeämter, auch Archive, darunter insbesondere das Rheinische Bildarchiv in Köln, aber auch Forschungsinstitutionen mit eigenen kunsthistorisch relevanten fotografischen Beständen, wie die Bibliotheca Herciana in Rom oder das Deutsche Kunsthistorische Institut in Florenz. Entscheidend ist, dass wir im Haus und mit unseren Partnern kontinuierlich die Erfassungstechnologie und die informationstechnische Infrastruktur weiterentwickelt haben. Und hierzu waren wir im Bereich von Projekten wie Linked Heritage bzw. Athena oder in einem spezielleren Fall mit dem Projekt Partage Plus auch auf internationaler Ebene eingebunden und dabei teils leitend verantwortlich für die Belieferung der Europeana. Und wir sind an der Implementierung des führenden Austauschformates Lido beteiligt. Dass wir diesen Weg weitergehen möchten und müssen, steht außer Frage. Ich möchte hier aber auf ein Problem eingehen, mit dem wir im Grunde schon immer zu kämpfen haben, das sich aber in der digitalen Welt auswächst und ganz neue Dimensionen annimmt. Dies betrifft eine Problematik, die in dem eingangs zitierten Aufsatz von 2010 fast beiläufig mit dem Verweis auf die Tendenz der Verschmelzung der Informationen im Web angesprochen worden ist. In den großen digitalen Infrastrukturen und Portalen, endlich noch einmal verschärft, in jener vollends konturlosen Daten- und Informationswolke, die von den immer leistungsfähigeren Webbrowsern zusammengewirbelt wird, rückt naturgemäß in den Hintergrund, woher eine Information stammt, wer sie erstellt hat und sogar auf welchen physischen Gegenstand verwiesen wird. So kommt es zu einer Verschmelzung und scheinbaren Homogenisierung verfügbarer Informationen an der Oberfläche, wodurch zumindest tendenziell der Kontext ausgeblendet wird, in dem ein gesuchtes und in einer Suchmaschine gefundenes Objekt aufgehoben und eingebunden ist. Wir haben hier von einem Kontextverlust besonderer Art zu sprechen. In einer aktuellen Publikation aus dem Kreis der DDB, dem Sammelband Föderale Vielfalt, globale Vernetzung, erschienen im September vergangenen Jahres, wurde ein damit verbundenes Problem von Ellen Euler und Paul Klimpel im Vorwort als Herausforderung für die aktuelle Gestaltung der digitalen Vernetzung richtig angesprochen. Hier heißt es, es gehe bei der Pflege des kulturellen Erbes vor allem darum, bestehende Zusammenhänge deutlich zu machen, denn die Zeugnisse der Vergangenheit sind nur verständlich in dem Kontext ihrer Entstehung. Erst wenn das einzelne Kulturobjekt aus einem Museum, einer Bibliothek und einem Archiv in seinem jeweiligen Bedeutungszusammenhang wahrgenommen wird, kann dafür eine Wertschätzung entstehen, die das kulturelle Erbe in der Gesellschaft wirkt. Wirksam bleiben lässt. Was hier gemeint und angesprochen ist, ist zunächst der Entstehungskontext jenes in der digitalisierten Repräsentation angesprochenen Referenzobjektes. Ein Gemälde, ein Buch, ein Gebäude. Die Relevanz dieses Kontextes, des Entstehungskontextes, steht ganz außer Frage. Ich denke aber, wir müssen diese Ebene weiterdenken und den Kontextbegriff ausdehnen, wie das auch angedeutet ist in dem Zitat. Ich möchte dazu noch einmal die zu Beginn zitierten Feststellungen von 2010 aufrufen, wonach die Vernetzung zum Verschwimmen der Grenzen zwischen den Kulturinstitutionen führe. Wenn dies zutrifft, so möchte ich doch entschieden der Auffassung widersprechen, dass es schlussendlich dem Benutzer egal sei und egal sein könne, woher eine Information bezogen wird. Information an sich gibt es nicht. Der Beitrag von Wikipedia hat mir sehr gut gefallen. There is no truth, there is only sources. Das ist genau der Punkt. Information an sich gibt es nicht. Vielmehr ist diese immer an einen Träger gebunden und auch durch denjenigen Akteur geprägt, der diese Information anlegt und zur Verfügung stellt. So lagern sich um jedes Werk, jedes Objekt, das für unsere kollektive Erinnerung von Belang ist, auch nach Fertigstellung dieses einen Gegenstandes laufend weitere Kontexte, die wir als Überlieferungszusammenhänge ansprechen und erinnern müssen. Und dazu gehören natürlich auch wir selbst als Gedächtnisinstitutionen, die mit der Tradierung dieser Objekte und ihrer Repräsentationen befasst sind. Zum Kontext eines Objekts gehören demnach nicht nur die Entstehungsumstände, sondern auch die Organe und Wege der Erinnerung. Es ergibt sich hieraus eine notwendige Erweiterung der Aufgaben aller Gedächtnisinstitutionen im digitalen Zeitalter. Herausgefordert sind offensichtlich besonders jene Einrichtungen, die sich noch nie primär als Informationsversorger verstanden haben. Nämlich die Museen und Sammlungen, die mit dinghaften Objekten befasst sind. Mit Kunstwerken, Monumenten, Erinnerungsobjekten, die einen bestimmten Ort haben, diesem Ort zugehören und die üblicherweise als Originale bezeichnet werden. Ein schwieriger Begriff. Diese Objekte werden nicht aufgrund ihrer Beschaffenheit, sondern aufgrund ihres Erinnerungswertes aufbewahrt. Es reicht also nicht, wenn man diese Objekte genau abbildet und Informationen zum Beispiel zum Typ und Fabrikat der Schreibmaschine von Robert Musil etc. notiert. Hier ist es notwendig, den Erinnerungskontext zu repräsentieren. Entscheidend ist zum Beispiel der Aufbewahrungsort in einem Literaturmuseum, wobei die genaue Verzeichnung der Provenienz entscheidend ist. Musils Schreibmaschine ist nicht als Schreibmaschine interessant, ja vielleicht auch für einen Schreibmaschinenhistoriker, sondern als Schreibmaschine Musils und zugleich als Gegenstand der zur Erinnerung, warum auch immer, an den Dichter Robert Musil in dessen Museum aufbewahrt wird. Ein anderer Fall scheint zumindest auf den ersten Blick bei Büchern oder gar bei Fotografien von Kunstwerken gegeben zu sein, jenen Gegenständen also, mit denen wir in Marburg vor allem befasst sind. Hier könnte man sagen, und hat es auch lange Zeit gesagt, dass die Fotografien an sich nicht erinnerungswürdig sind, sondern diese nur aufgrund der in ihnen enthaltenen Informationen über eine andere Sache, die von Belang wären, nämlich über das Kunstwerk. Aber das ist nicht richtig, denn es greift hier genauso der Aspekt, dass diese Fotografien Referenzobjekte für bestimmte Erinnerungszusammenhänge sind, die sich in ihnen und im Umgang mit ihnen an einem bestimmten Ort und in bestimmten Zusammenhängen und Institutionen materialisieren. Auch Bilder, auch Fotografien und auch Bücher natürlich sind Objekte, die in bestimmten Erinnerungszusammenhängen entstanden und aufgehoben sind und sie müssen als solche Bedeutungsträger eigenen Rechts erinnert werden, was besonders deutlich wird, wenn man, wie hier zu sehen, die Provenienz anspricht. Das will ich hier nicht vertiefen, aber Sie sehen, 1946 ist dieses Objekt fotografiert worden, was wir in unserem Portal aktuell eben auch nachweisen können. Von einem Fachkollegen, dem Kunsthistoriker Hermann Grimm, Sohn des berühmten Sprachforschers Wilhelm Grimm, erster Professor für Kunstgeschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, stammt eine Aussage, die ich hier passenderweise zitieren möchte, uns stehen die Reproduktionen, nicht die Originale, in der Erinnerung. Der tiefsinnige Satz findet sich in einem Aufsatz, den Grimm 1892 veröffentlichte. Er ist formuliert zu einer Zeit, als gerade eben die Reproduktion von Fotografien und im Druckverfahren der Heliografie und Autotypie größte Verbreitung fand und nun auch das Diapositiv als Lichtbild für den Unterricht eingesetzt wurde. Grimms Satz ist aber heute noch von größter und vielleicht noch dringenderer Aktualität, was sogleich einleuchtet, wenn wir uns etwas überlegen, wie uns die Realität der Politik, aber auch der Kunst eigentlich präsent wird, nämlich als Reproduktion, als Abbildung, als Bild. Dies bedeutet, dass auch für Gedächtnisinstitutionen, die scheinbar sekundäre Dokumente aufbewahren, der Überlieferungskontext eines Dokuments, der Kontext einer Information prinzipiell nachgewiesen, aber auch wissenschaftlich reflektiert werden muss. Was heißt dies nun für die aktuelle Situation und Aufgabe der Gedächtnisinstitutionen? Jedenfalls nicht, dass wir uns der Digitalisierung unserer Bestände und der Veröffentlichung und Verbreitung unserer Materialien im Web entgegenstellen sollen, dass sie dort angeblich nur missbräuchlich verwendet und immer nur unvollständig nachgewiesen sind. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass wir uns nicht weniger, sondern mehr mit dem komplexen Phänomen der analogen und digitalen Repräsentationen von Objekten befassen müssen, dass wir das Gewicht und den Stellenwert gerade auch dieser Form von Reproduktionen im Erinnerungsprozess nachweisen und reflektieren müssen. Das ist nicht ganz einfach. Entscheidend ist, dass diese Aufgabe in ihrem ganzen Gewicht ernst genommen wird. Drei Aspekte gehören wesentlich dazu. Erstens, die kritische Erschliessung der Objekte ebenso wie ihrer Repräsentationen und die transparente Darlegung der medialen Transformationen. Zweitens, die offene und möglichst barrierefreie Gestaltung des Zugangs zu diesen Materialien. Damit drittens, die Verknüpfung der vorhandenen Informationen mit weiteren Wissenssystemen überhaupt möglich ist. Das heißt, die Vernetzung im weiteren Fachkreis, im Bereich der Wissenschaft und darüber hinaus möglichst auch über nationale Grenzen hinweg. Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe ist jene starke Position der Akteure in diesem Prozess, das heißt der Gedächtnisinstitutionen selbst. Die Akteure und die Interessen jener Institutionen, die eine Information vorhalten, müssen sich und ihre Zwecke und Ziele klar zu erkennen geben. Es ist nicht nur Sichtbarkeit im Sinne von Publizität verlangt. Wir müssen auch in der virtuellen Realität unsere genuine Rolle als Gedächtnisinstitutionen deutlich machen und unsere spezielle Art des Arbeitens kommunizieren. Entscheidend ist, dass die Gedächtnisinstitutionen die Kontrolle über die von ihnen bewahrten Gegenstände und ihre Repräsentationen, das heißt die Daten und Materialien dazu behalten müssen, denn nur dort, wo ein Bildobjekt aufbewahrt wird bzw. hergestellt wurde, wenn es eine Fotografie ist, lässt sich der zugehörige Informationszusammenhang verifizieren. Dies bedeutet, dass man nur sehr bedingt die Erfassung, die Klassifikation, Kommentierung und Referenzierung eines Bildobjekts an andere übergeordnete Plattformen und Institutionen delegieren kann. Was man aber tun kann und was verlangt ist, es ist geboten und möglich, sich mit Institutionen gleicher oder ähnlicher Ausrichtung zu verbinden und gerade im Bereich der digitalen Erschließung und Veröffentlichung zu kooperieren. Ich meine damit nicht die großen Netzwerkinfrastrukturen wie die DDB oder die Europeana, die sind natürlich wichtig und gegeben, das sind die Container, in denen das alles hineinfließt. Ich meine auch nicht offensichtlich temporäre Plattformen wie das Google Arts and Culture Project. Diese Plattform ist im Grunde genommen nur ein Schaufenster für das kulturelle Windows-Shopping. Aber auch die seriöse DDB und die Europeana kann es nur geben, wenn zuvor in den eigentlichen Gedächtnisinstitutionen die Hausaufgaben des digitalen Zeitalters gemacht worden sind, wenn also ein genuin bildkritischer Umgang mit digitalen Bildinformationen im eigenen Haus entwickelt wird. Idealerweise basiert dies auf einer vielschichtigen Kompetenz, die im Haus selbst vorgehalten wird. Sie muss möglichst vom materiellen Sammlungsobjekt bis zur digitalen Repräsentation reichen und sie sollte idealerweise Wissenschaft integrieren. Es ist keine Frage, dass diese Kompetenzen nicht in jedem einzelnen Institut vollständig vorgehalten oder gar neu entwickelt werden kann. Dies heißt aber, dass es notwendig ist, sich zu Fachgemeinschaften zusammenzuschliessen, um koordiniert die jeweiligen Ansprüche einer Gruppe definieren und bearbeiten zu können, damit auf dem Weg des Zusammenschlusses zu Fachverbünden und Fachportalen eine koordinierte und kontrollierte Präsenz und Infrastruktur entstehen kann. Die Entwicklung solcher Infrastrukturen ist an verschiedenen Orten und in verschiedenen Fachgemeinden in vollem Gang. Es ist möglich, aber im Moment nicht absehbar, ob es mittelfristig zu einer Konsolidierung kommt. Ich möchte zum Abschluss nur zwei unterschiedlich funktionale Beispiele nennen, die für den engeren Bereich der Kunstgeschichte relevant sind und Lösungen darstellen, die je unterschiedlichen, vielleicht auch schwer vereinbaren Ansprüchen gerecht zu werden suchen und unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit repräsentieren. Mit sehr gemischten Gefühlen möchte ich auf die BPK, die Bildagentur preußischer Kulturbesitz, hinweisen. Es handelt sich zweifellos um eine höchst professionelle Einrichtung, die hier alle kennen. Nachgewiesen werden über dieses Portal ausgewählte Bestände einer ganzen Anzahl von Museen und Sammlungen international. Die technische Funktionalität ist beeindruckend, die Optik ist es inzwischen auch. Die Angebote sind erstklassig. Das Problem ist nur, dass es sich hier um eine rein kommerzielle Bildagentur und sonst gar nichts handelt, die sich als Dienstleister für Gedächtnisinstitutionen versteht, die bildhafte Objekte vorhalten. Die gibt es auch anderswo. Daran wäre vielleicht nichts Falsches, wenn ich der Anschein entstünde, es handele sich um eine Gedächtnisinstitution, was entschieden nicht der Fall ist. Dass die kommerzielle Nutzung von Kulturgütern gebührenpflichtig ist oder sein kann, leuchtet ein. Doch ist es schwierig, wenn die kommerzielle Nutzung die Einrichtung einer digitalen Nachweisstruktur öffentlicher Bestände komplett bestimmt. Höchst problematisch scheint mir in diesem Fall, dass die PPK jüngst sogar eine finanzielle Unterstützung aus dem Ministerium für Kultur und Medien von Frau Grütters erhalten hat, zum weiteren Ausbau dieser Plattform, damit die deutschen Museen und auch vergleichbare Einrichtungen des Auslandes ihre Bestände noch besser vermarkten können. Aber ist das die Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung? Schwer erträglich wäre es jedenfalls, wenn durch die Förderung und den Betrieb solcher Einrichtungen die kritische Erarbeitung, Bereitstellung und Reflexion der Bestände an den eigentlichen Gedächtnisinstitutionen beeinträchtigt würde, wenn zum Beispiel mit dem Hinweis auf dieses aus Bundesmitteln geförderte Portal der Aufbau und Betrieb einer lokalen digitalen Infrastruktur in den einzelnen Gedächtnisinstitutionen eingeschränkt oder in der Entwicklung gebremst würde. Der Weg der Gedächtnisinstitutionen muss, so denke ich, in eine andere Richtung gehen. Unabdingbar ist es, dass vor Ort in den jeweiligen Institutionen eine digitale Organisation und Erfassung der Bestände, wie ich schon gesagt habe, auf der Grundlage von Sach- und Fachkompetenz erfolgt. Ohne diese Sach- und Fachkompetenz wird jede technische Lösung nur Unsinn und Redundanz produzieren. Die lokalen Sachkompetenzen müssen sich auch auf die Informationstechnologie erstrecken. Beides ist aber nur im Rahmen einer Fachgemeinschaft vernünftig zu entwickeln, denn für die visuellen und materiellen Kulturgüter zuständigen Einrichtungen sind hier natürlich noch nicht so weit wie die Bibliotheken aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt aber eben, weil Museen und Sammlungen es mit dinghaften Objekten zu tun haben, mit Gegenständen, die erst in bestimmten Kontexten zu Zeichen und Bedeutungsträgern werden. Gerade hier sind Verbünde, Netzwerke und Kompetenzknoten besonders notwendig, um Übereinkunft zu standardisierten Erfassungsrichtlinien zu erzielen. So, ich bin schon fast am Ende, aber jetzt kommt der zweite Werbeblock. In diesem Bereich sehen wir uns in Marburg seit vielen Jahren in der Pflicht, und zwar nicht als Bildagentur, obwohl viele Leute das immer geglaubt haben, sondern als genuine Gedächtnisinstitution. Ich habe es schon angezeigt, dass die Grundidee des Bildindex der Kunst und Architektur bereits den Aspekt der Vernetzung von Partnerinstitutionen mit einschlägigen Beständen und Erfassungen integriert. Das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte hat sich als Träger dabei immer als Kompetenzknoten verstanden und nicht etwa als Bildermakler. Aber wir haben auch mit dem Problem zu tun, dass manche Partner sich eine bessere Sichtbarkeit im Portal des Bildindex wünschen würden. Andererseits ist die große Stärke eines solchen Portals eben im Verbund. Sie besteht darin, dass der Bildindex eine eigene Identität als kooperativer Akteur hat, in dem hier wesentlich ein Verbund von Partnern, von Fachinstitutionen vorliegt, die sich dezidiert mit den visuellen Repräsentationen von musealen Objekten, Kunst und Kulturgut befassen. Einige der Partner und die eine oder andere Institution haben sich darüber hinaus in einer formalen Arbeitsgemeinschaft der Bildarchive und Fototheken zusammengeschlossen und dieser Kreis bildet unabhängig vom Portal eine stabile Gruppe, in der man sich regelmäßig über Projekte und gemeinsame Strategien austauscht. Doch die Kreise müssen weitergezogen werden und können weitergezogen werden. Ein Versuch, den wir mit einigem Erfolg gemacht haben, ist hier zum Beispiel der digitale Porträtindex. Mit DFG-Unterstützung haben wir eine Reihe von grafischen Sammlungen, Museen und Bibliotheken zusammengebracht, mit denen wir gemeinsam dieses Portal entwickelt haben, in dem dezentral Objekte erschlossen und dann bei uns zusammengetragen werden. Auf dieser Grundlage ist der Arbeitskreis Grafik vernetzt entstanden, ein Verbund von 50 Sammlungen in einem Arbeitskreis mit dem Ziel der Verabredung einer standardisierten Erschließung von Grafikbeständen auf Lido-Basis. Und das hier, das hat dazu geführt, dass wir jetzt erfolgreich, hoffentlich, unser nächstes Portal lancieren können, und zwar am 11. November 2017 in Hamburg, das sogenannte Grafikportal, das eine ganze Anzahl von Sammlungen des deutschsprachigen Raumes aus Deutschland, aus Österreich und auch aus der Schweiz ist eine dabei, zusammenbringt und in der kooperativ die Bestände dieser Sammlungen nachgewiesen werden. Wichtig ist, dass auch hier die Institutionen, die liefern, nicht nur einfach als Datenlieferanten wahrnehmbar werden, sondern als Akteure im eigenen Recht. Denn erschlossen werden die Bestände in den jeweiligen grafischen Sammlungen, allerdings nach Anleitung eines Regelwerks, das bei uns im Haus erstellt worden ist. Die Akteure kommen aber auch als Kuratoren zur Geltung, mindestens, vielleicht auch etwas mehr, als symbolisch, wenn Sie sehen, wir haben vorgesehen, dass der Curator's Choice hier im Portal sichtbar wird, dass also die Akteure jeweils und immer wieder aktuell ihre Bestände präsentieren können und damit nicht nur einen Human Touch hineinbringen, sondern auch einfach symbolisch als Akteure sichtbar werden. Mit diesem kooperativ entwickelten Projekt möchten wir uns in Marburg eben nicht den grafischen Sammlungen aufdrängen und ihnen eine Infrastruktur überstülpen, sondern wir möchten uns profilieren als ein Kompetenzzentrum für das spezifische und spezielle Anliegen der koordinierten Erfassung und gemeinsamen Anzeige der ersten technischen Reproduktionsmedien der europäischen Kunstgeschichte. Was analog vorliegt und einst sogar eine analoge Reproduktion war, wird jetzt digital reproduziert. Und es ist zu erwarten, dass gerade dadurch die Erinnerung an die materielle Ursprungsform erhalten und lebendig wirksam bleibt, selbst wenn als digitales Objekt das Bild im Grafikportal wieder ein neues geworden ist. Und ich bedanke mich für Ihre Erinnerung. Das war eine Menge Stoff zum Nachdenken und das würde ich auch gerne nachlesen können. Vielen Dank für den Vortrag. Da könnte man jetzt eine ganze Session dran anschließen. Gibt es schnelle Fragen? Das passt eigentlich gar nicht zu dem Vortrag, aber vielleicht gibt es ja welche. Nur eine kurze Anmerkung. Also ich finde das sehr wichtig, dass Sie sagen, dass auch die Institutionen weiter erkennbar bleiben, die die Sachen zur Verfügung stellen. Denn die tragen letztendlich auch die Verantwortung dafür, dass die Sachen überhaupt reproduziert werden, dass Rechte wahrscheinlich geklärt sind und Ähnliches. Also ich denke, da ist es wirklich sehr wichtig, dass die Institutionen auch darüber aufgeklärt sind, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ganz genau und wir haben es ja schon angesprochen und es wird auch noch thematisiert werden. Im Fall der Grafik ist ja das rechte Problem nicht so erheblich. Aber im Fall der Fotografie zum Beispiel sehr, weswegen die Entscheidung, dieses Grafikportal zu machen und einen Schnitt zu machen vor der Fotografie gefällt worden ist. Das war auch beim Porträtindex eine rein pragmatische Entscheidung. Da hinten ist noch eine zweite Frage. Jetzt? Ah, ja, okay. Danke für den Vortrag. Rebecca Friedrich, Stadtarchiv Darmstadt. Wir haben für unsere Bestände eine recht umfangreiche grafische Sammlung. Würden wir uns jetzt an das Portal zum Beispiel anschließen wollen, also stellvertretend für Kommunalarchive, für die ja so eine Sichtbarkeit auch tendenziell von Interesse ist. Und wir bereits zum Beispiel ein Erschließungsprogramm haben, Erschließungssoftware, in die wir ja bereits Daten eingegeben haben, sieht das Grafikportal vor, da Übernahmen zu starten, Schnittstellen und müssen die dann angereichert werden, beziehungsweise haben Sie bei Ihren Erschließungsstandards, die Sie da entwickelt haben, eben auch diese Perspektive der unterschiedlichen Systeme, die möglicherweise vorliegen, berücksichtigt? Ja, natürlich. Also vielen Dank. Das war auch der Sinn, dass solche Voten Ihrem Publikum aufkommen. Bitte melden Sie sich bei uns sehr gerne. Ich denke, diese Probleme sind von Anfang an gegeben gewesen. Ich habe mir sagen lassen, sie sind gelöst, beziehungsweise es ist ein Weg vorgezeichnet, wie man das machen kann auf verschiedenen Ebenen. Es gibt ein 93-seitiges, eine Handreichung, die sehr gut angenommen ist, mit der die proprietären Systeme der jeweiligen Institutionen angepasst werden können. Wir machen dazu auch Schulungen, also ich mache das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, aber meine Kolleginnen und Kollegen sind genau dafür eingestellt und eingerichtet und es scheint möglich zu sein. Die Basis ist das Lido, also dieses Austauschformat. Eine letzte Frage. Da ist die kompetente Person. Sie stellt sich gleich selber vor. Genau, ich bin Gudrun Knaus und rein zufällig bin ich heute hier, um solche Fragen zu beantworten. Ich bin die Projektkoordinatorin für das Grafikportal. Und tatsächlich ist es so, dass wir von Anfang an vor dieser Herausforderung standen, dass es unterschiedliche Erfassungssysteme gibt. Und wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, man kann diese Unterschiede eben handhabbar machen, indem alle Daten in das Lido-Format überführt werden. Und wie das genau geht, erkläre ich gerne dann im individuellen Kontakt. Also schreiben Sie mir eine Mail, Gudrun Knaus findet man über Google, Foto Marburg und dann kann ich Ihnen da individuell Auskunft geben. Das war doch eine wunderbare Überleitung.